Hallo, Neffe wieder. Was für ein Darlehen? Das geliehene Geld wurde erstattet. Was? Ach, der hat mir jetzt was geschenkt, ne? Ja. Was muss ich machen? Irgendwann Operation. Tom, Tom, Schulden vom Puff? Was? Ich habe doch keine Schulden vom Puff. Warte mal. Ich muss erst mal was gucken jetzt hier. Deko, Außenbereich. Nein, E-Mails. Ach, du Scheiße. Ich brauche keinen Müll. Dennis. Ich meine nämlich dann, dass die Kinder eines Mitarbeiters in unserem Baum nicht weit von hier leben. Mangelbestand. Wir haben das Revier markiert. Ich weiß ja, wie kann ich ihn machen? Könnte er Ärger machen. Er machte von so einem Kind nicht für mir das Bisschen. Ach so, okay. Den Dennis beschmeißen. Ein Gemälde haben wir gekauft. Schloss knacken. Darlehen. Hallo, Neffe. Treibstoffkauf. Müllentsorgungsdiete. Was? Wie 3.200 Dollar? Wie? Kasse. Ich bin ein Geschäftsmann, kein Unmensch. Wieso 3.200? Präzis, was ist denn da? Gut, ich spreche von dem. Ich bin eine großzügige Seele. 1.000 Dollar. Ich will das Geld wiedersehen. Ja, was weiß ich. Fick dich. So. Ich brauche aber hier Benzin oder sowas, ne? Wie viel habe ich noch? Kraftstoff übrig? Wie kann ich hier... Wie kann ich einen neuen Sprit bestellen? Wie geht das hin? Bestellen. Lieferung. Ach hier. Hier. Kraftstoff, Vorrat. Okay. Bestellung. 100, ne? Okay. Ja, guten Tag. Alter, du siehst ja aus wie Catwiesel. Aus welchem Wald kommst du denn geschlichen? Catwiesel. Fussel grüßt dich dran ein Tor. Das war der Fehler. Was? Junge, wie sich... Ja, nun. Okay. Auch du wirst hier bedient. Du hast doch gar nichts. Ach doch, da. Warte. So. So. Das macht 35 Dollar. 8 Dollar. Ja, danke. 8 Dollar. Toll. So. Schließe alle Ziele ab. Boah, ich muss pinkeln. Ich muss erst mal das Ziel abschließen, pinkeln zu gehen. Ich muss pipi, aber ganz schnell. Warte. So. Pipi gemacht. Wer hupt denn hier schon wieder? Was ist? Was ist? Macht der jetzt? Wo ist der Typ? Geht das automatisch oder was? Oder muss ich da vielleicht reden? Ah, jetzt, 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 jetzt. Hup nicht so. Guck mich hier schon an. So. So, Treibstoff ist da. Was, was soll ich denn jetzt machen? Okay, der fährt wieder, ne? Markus, Dankeschön für 34. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die Aufrüstung der Tankstelle erfolgt über das Menü der Station, das über den Hauptbildschirm des PCs zugänglich ist. Dekoration. Außenbereich. Ach, guck mal hier. Was, kann ich da so einen Tisch hinstellen oder was? Wie jetzt? Was? Was muss ich denn machen? Kleiner Tisch. Mahaguni. Wasser kümmern. Kaufen. Okay, cool. Ja. Gekauft. Ja. Okay, so. Klau nix hier, du Assi. Oh, ich hab nichts gesagt. Entschuldigen Sie bitte. Der guckt schon gefährlich. So. Was wollen Sie haben? Muss ich hier irgendwas nachbestellen oder was? So, was möchten Sie? Einmal Paprika-Chips. Bitte. Wie, das war alles? Nur zwei Dollar. So. Okay, was ist mit meinem Darlehen? Cash Fast Loans. Darlehen 1000. Aktuell ist... Ach, ich hab gar keine Schulden. Guck mal. Ich hab keine Schulden. Ich bin schuldenfrei. Ja. Guten Tag. Warten Sie. Ich mach Ihnen Sprit. Augenblick. So. Wollen Sie nicht volltanken? Nur 9,48. Was ist denn das? 9,48. Ja, bitteschön. Wer ist denn das? Hallo? Wo fährst du denn hin? Aber das... Ich muss mich nur um die Tankstelle kümmern. Nicht hier um die andere Scheiße hier hinten. Alles, ne? Aber der fährt nur durch. Okay. Was ist denn das? Toilette? Wie aufheben, Wettflur. Was? Achso, Entschuldigung. Guten Tag. Warten Sie. Ich komm. Ähm. Ne. Wie werfen. Achso. Was möchten Sie haben? Einmal Kondome. Das ist Gleitmittel. Das wissen Sie schon, ne? Bei mir ist das ja... Lagen da gerade nicht zwei Flaschen? Hat die gerade eine geklaut, oder? Wieso? Ich habe nicht darum... Was will die denn? Verpiss dich aus meinem Laden. Zippe. Wie? Ich muss Klo putzen. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn das Klo putzen? Kann ich hier hoch? Ne. Oh, doch. Hallo. Wie kann ich denn das Klo putzen? Hier ist wieder dreckig. Guck mal, die Assis. So. Band sauber machen. Dein Band ist dreckig. Wie mache ich das denn? Wie... Wie... Wie jeder... Kunde am Kopf. Ich glaube, ich werde bekloppt. Hier hast du auch nicht mal Freizeit, wa? Oh! Nein, warte. Entschuldigung. Ich habe mich vertan. Warte. Ich habe... Es tut mir leid. Ach... Wie komme ich denn hier wieder in den Kassenmodus? Wie geht das? Good of Drunken. Wie geht's dir? Ach, ist das ein Scheißer alles. Mehr Info. Wie mehr Info? Neuer Level? Hä? Neuer Level der Tankstelle. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Finde einen Weg, das Lagerhaus zu betreten und das Tor zu öffnen. Ich muss erstmal eine E-Mail gucken. Warte mal. Hier. So. Ach, stimmt. Und ich kann... Ja, bitte. Was hätten Sie gern? So. Wie kann ich jetzt... Wie geht das noch mit dem Schwamm? Ähm... Halte RMB. Schwamm auszurüsten. Okay. Habe ich. So. Sie möchten eine Flasche, kriegen Sie. Was wollen Sie noch? Eine Dose. Hier, bitte schön. Ja, super, ne? Kommen Sie bald wieder. Ach, du Scheiße. So. So, was willst du? Einmal das. Einmal das. Nochmal Paprika-Chips. Ja, gut. Schönen Tag noch. So, Grüße an die Frau. Da steht schon wieder einer zum... Hat man hier nicht mal Freizeit? Ja, tschö. Ey, wo kommen die alle her? So. Da ist ein Fragezeichen. Hier. Was ist denn das? Äh, was? Ach, was mache ich wieder hier? Wo sind die Schlüsse? Ach, nee, Scheiße. Lucy, wie geht's? Habe ich einen Schlüssel jetzt? Das Lagerhaus zu eröffnen. Warte mal. Warehouse. Hier. Hä? Wie komme ich denn da rein? Ach, hier. Guck mal hier. Jawohl. Wat is'n dat? Warte mal. Wir machen mal den Puff zu. Warte mal. Wir machen den Puff mal zu. Warte, wie kann ich... Ich konnte da vorne... Konnte ich ja schließen. Hier, da, ne? Dust Bowl, irgendwas. Strom abstellen. Closed. Tankstelle ist geschlossen. Okay. So. King Moon Tea. Na, alles gut. King Moon Tea ist da. Ja. So, wir gucken mal, was dat is. Da fliegt ein Flugzeug. So. Lass mal schauen. So. Wat is'n dat hier? Wat is dat? Ach, hier kann ne Band auftreten, oder was? Wie geil ist dat denn? Halte die Tore des Lagers geschlossen, sonst kannst du bestohlen werden. Okay. Ich glaub, wir müssen erst mal aufräumen hier, wa? Warte mal. Und da kann man hier bestimmt Musik machen und sowas alles. Glaub ich zumindest. Was ist denn das jetzt alles hier? Ne Werkzeugbank? Kann ich hier irgendetwas noch einsammeln? Ne. Okay. So. Was ist jetzt? Ach, entferne die Heuhaufen. Ach so. 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 Das nicht, ne? Oder kann ich die auch in den Sack packen? Warte mal. Ne, kann ich nicht. So. So. Ach, Malatus, wie geht's dir? So, das kann auch weg. Na nun. Was ist das? Das ist auch Stroh. So, das kommt hier rein. So. So, dann das. Hier hab ich ja noch einen Container. Wie geil ist das denn? So, da rein. Komm her. Da rein. Und da rein. Ich bin richtiges Aufräumen. Wunderbar. So. Da rein. Da rein. Muss der, muss, muss weg der Müll. Ach so. Tiddy. Fenris grüßt dich. Tiddy, danke schön für 37 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Tiddy. So. Okay. Ach, hier oben ist ja noch mehr. So. Nun, okay. So, das kann ich nicht mitnehmen. So, komm mit. So. Tisch tun wir hier rein. Warum ist denn jetzt der... So. Okay, kann ich jetzt... Ach, die auch noch, ne? Guck an. Guck an. So. Wo ist der Container? Hier. So. Und dann rufen wir am besten direkt den Typen an, dass der das holt, ne? So. Aufgabe erledigt. Aber da ist ja noch ein Bumsballen hier, irgendwas hier, so ein... Hier, da. Den muss ich doch auch wegmachen, ne? Ja. So. Nee. Ach, scheiße. So. Das geht so. Ja. Ja, sehr gut. Okay. Stelle das Lager über den Hauptbildschirm am PC wieder her. Wir machen es zu, sonst werden wir geklaut, ne? Hä? Wie komme ich denn jetzt... Achso, hier war eine Tür. Achso. Ähm, hier ist ja noch ein Balken. Warte mal. Ähm. So. Okay, wir gehen zum PC. Und rufen mal den Müllmann an, dass der hier alles abholen kommt. So. Kann ich eigentlich diese Bretterchen hier auch... Ach, guck an. Das wusste ich ja gar nicht. Guck mal. Dann sieht das ja viel besser aus. Kann ich das nicht in den Sack packen, die Bretter? Ja, doch. Guck. So. So. Dann ist das ja viel schöner. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Was ist das? So. Wir werden in neuem Glanz erstrahlen hier. Okay. Cool. So. So. Okay. Aber ich weiß nicht, wie ich hier auf das Klo komme. Ach, hier vorne war ja auch noch ein Müllsack. Hier. Den, äh... Den bringen wir nach hinten. Toast grüßtig. Es gibt noch einen Container. Echt? Sansonella, wie geht's dir? Alles gut? Lange Schule. Och, nee. Schule ist ja, ne? Ja. So, wir müssen das Lager anmachen, ne? Oder? Wie geht das denn? Lieferung. Jetzt musst du selber... Müllabfuhr erst mal. Bestellung. Okay. Müllabfuhr ist bestellt. So, was, 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 was muss ich mir jetzt liefern lassen? Registerkarte Lieferungen. Lieferung. Kraftstopf. Aber... Hier, das muss ich nicht bestellen, oder? Wie geht das denn? Muss ich da auch was bestellen? Darlehen. Mail. WC erst freischalten. Ach, hier, erst mal hier. Lager. Lager. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Lieferung am PC. Ah, jetzt. Erfrischungssnacks. 30 Mal Mr. Burton. Wo kann ich denn hier eine Menge... Warte mal. Toppy. 30 Mal. Ne, ich will keine 30. Kann ich das nicht... Hä? Wie... Wie... Muss ich die... Wie kann ich da keine Menge einstellen? Komm, wir machen mal 30 Mal das. Ne, aber viel Geld, wa? Schnicks. Kann ich auch Alkohol kaufen? Ach, guck mal. Tsche Wäscher. Ja. Amsterdamer. Kaufen wir auch. Zigaretten. Oh ja. Jimmy's Strong Mental. Wer kauft... Wer raucht denn Menthol? Premium Tobacco. Mh, auch. Ja. Und das alles kaufen. So. Okay. Wie... Wie... Warenkorb. 300... Okay. So. Wir sind geschlossen. Wir machen jetzt wieder auf, ne? Ich weiß aber nicht, was ich mit dem Lager da hinten... Warte mal.